so willkommen zurück anscheinend hatte durch ein fahrzeugbrand das nicht so gut ausgegangen ist hat jemand gemeint der muss den wald in brand stecken heißt derjenige zufällig oder hat derjenige zufällig die die hier die back die back die back oder das finde ich auch sehr schön dass dieses hat sie gerade zurückgesetzt wurde voritz ja habe einen 3 rtv 1 habe ich jetzt zur dlk geschickt so wir sind wieder zusammen im im feuer blade mit moor baum und mit dem mr eagle seine perspektive seht ihr bei ihm meine bei mir sehr klar die glocke drücken und abonnieren genau abfahrt 1 1 ich komme schon mal von der anderen seite ja vielleicht habe ich gerade was anderes zu tun vielleicht muss ich dein saublödes feuer unter kontrolle bekommen ja hau ab ich habe da doch bald kranken aus 19 betten sehr gut gleich nur noch 18 nicht so gut so komme ich mit rum da brennt doch nichts mehr ja okay ist ja gut dass du so gut wieder wirst hätte ich nicht gedacht aber es ist sehr schön unterschauen und jetzt haben wir das hier dann machen wir die lk fett meine autobahn vollzeit und schon mal abschlepper holen ja gut feuer ist aus alles klar leute wenn ihr zum beispiel auch feuer löscht bitte sagen dann den feuer aus ist dann jetzt hat er schneller jetzt funktioniert sehr gut dann bringt man bitte den verletzten runter da bei der drehletter ja mache ich ist denn wirklich notarztpflichtig oder nicht weiß ich nicht wirst du gleich herausfinden wird mit notarzt sagen werden wir sehen wahrscheinlich so das haben wir auf bereitschaft das auch das passt ab nach hause mit ihr und einmal bitte ablegen ja das passt alles autobahn pol kann weg ja ich war auch ein a autobahn pol setzt sich wieder auf die autobahn die du willst ja weil sonst habe ich ja eine autobahn der regel das macht ein notarzt auch mit blaulicht war ich gleich was nein wir brauchen kein notarzt also da unten ja okay ich habe den eben ich habe den nicht außerhalb geschickt damit der notarzt in der karte bleibt so wie sieht weit aus 26 oder wie viel plätze 19 19 aber einer geht noch weg einer kommt noch dazu hier oben steht noch ein kt nach ja scheiße muss ja noch mal bis es wird gibt es halt im leben weg mit dir so einsatz geht wieder rein einsatz start so hier haben wir noch rtna ganz oben er schickt christoph 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 bitte wo kommt er hin darf dieses zwischenstück wo die wo die direkt dorthin du kannst ihn aber kontrollieren wenn er reinkommt ja das weiß ich aber ich möchte das polizei absperrt sonst stellen so dass du nur die die spur die aus der karte raus wird absperren muss ja oder das genau so die polizei ist ja schon wieder so oh ja dass die ist einsatz du wieder ab ich hacke ab ja ja als wir uns hast du zumindest abgehakt wie es in deinem video ist das weiß ich nicht durch das headset eigentlich nie okay er verkehrt mit fahren was ist denn das ein brandstifter oder was ist das an stifter ja ich weiß nicht wo und welcher auch was ff3 bf2 mit dem bf1 mit dem halbzug bitte und gwa ich sehe ihn ja ich hole mir der gehört mir schlag ruhig auf ein weiter ein gut wirk gut wirk ff4 darf mit fahren oder polizei hat gar nichts abgekriegt eine alarmierungszeit beinhaltet ist auf kommt keine sirene bei mir ja der melder ging raus macht die polizei hat da nicht irgendwie dicht beim brand oder so ne da mache ich es alles klar das machst du du warst auch in der nähe habe ich gerade wieder weiter auf streife geschickt falls da unten weiter was ist es bereitet sich richtung autobahn aus anmerken christoph ist gelandet ja alles klar direkt in der mitte die bank brennt die bank brennt auch bank evakuieren dann kümmere ich mich um die person direkt bf ist unterwegs bf1 nee noch nicht hast du eigentlich in deiner version auch in radios vom feuer war sie habe ich nicht geändert wo soll die bf1 hin erstmal bereitstellung beziehungsweise halbzug oder vollzug also halbzug und die bank zu schützen halbzug alles klar gut kommt wohin mein rtw sind die sie von der bf1 bitte lassen reichen ja kate wieder für mich mein kate ist wieder zurück der andere sehr schön merkt ihr wie anstrengend es ist das hlf ist auch mal sind die ganzen verletzten muss ich wieder debuggen alter ich kann es nicht debuggen ich habe es alarmiert der melder ging raus aber die sie aber was und jetzt kann ich es nicht auswählen und ausrücken tut das lf auch nicht nur der abc rkw was macht dieser fachberater gefahr gut oh eine gefahr bitte tu mir nichts trottel fireplay da hast du noch irgendeine andere feuerwehr ne ne dann check die 3 mit tlf von hlf beziehungsweise lf 20 hoch bf1 ist leichter bf1 ein elf oder das elf oder hlf bitte drehen wo die garagen ja genau ich stelle mich an die garagen alles klar brauche ich nicht weil die evakuierung funktioniert dann komme ich von der anderen seite ooooh ok die bf2 ist tot was zum teufel ist davon ok ich glaube da ist jemand raus geflogen gerade geil wie sie noch drin wo ist da ne gasflasche ne fireblade hat das spiel verlassen ja keine ahnung ja ich bin ja noch da ich hab mal ganz normal gespielt und plopp was übernehme ich wir haben wohl angemerkt 36 verletzte ja macht das überhaupt noch sinn weiter zu spielen fahrzeuge debuggen auf jeden fall mach mal einsatz stopp habe ich schon lang komm was für fahrzeuge hatte der fireblade denn ich glaube alle ffs so wir machen jetzt erstmal ein bisschen leute weg damit der kollateralschaden ja ich fahr raus ja das hat keinen sinn die kriegst du ja alle nicht warum die freiwillige kommt doch grad vor allem was zur helle ist da explodiert würde ich gerne wissen das ist echt ne gute frage ich hab keine ahnung weil das war mit sicherheit kein 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 auto das hatte ich aber auch noch nie gehabt ne ich auch nicht ich hatte diesen brand schon öfters aber noch nicht so einen krassen einsatz ja moorbaum du hast deinen tlf mit dem mit dem mit der kanone nicht zurückgesetzt man aufstellung wird hier oben sein ja das ziehen wir jetzt hier noch kurz durch das ziehen wir durch das kriegen wir hin klar ziehen wir das durch leider gesagt dass wir aufgeben sind doch keine amateure richtig so pick mal alles an feuerwehr nach oben was ich noch hab oder bekommen hab wer hat welche feuerwehr von außerhalb wer hat welche feuerwehr von außerhalb so scheiße ich hab die 3er ne hab ich nicht ich hab die 5er hol ich gleich aber ich bin da raus geflogen ja du bist raus geflogen ja so alarmstufen ist rein ich glaub das lag an einem an dem 4 lf 10 ich wäre die autobahn das mit dem skript ich krieg mein telefon nicht raus wenn die sich so kacke hinstellen ah ok jetzt ist das spiel endgültig abgeschnitten jetzt ist es bei mir auch so willst du sagen dass wir die behalten oder nicht 13 minuten hatten wir noch das heißt du hättest noch drei minuten ich behalte sie du behältst sie ah ist nur ein kleiner crash kann mal vorkommen ich mein da sieht man wenigstens was für einsätze es gibt und welche nicht und ich würde mal sagen es war trotzdem eine richtig geile runde auch wenn das jetzt am ende so passiert ist und auf jeden fall ein abonnent da lassen ich würde gerne wissen was da explodiert ist lass das mal herausfinden ja soll ich jetzt in den editor gehen oder was das sehen wir gleich im video nein durchladen und einsatz stopp und gucken was da explodiert ist oder ja genau guck's im video nach ja ich denke ich denke du hast deswegen kein alarmseerene gehört weil er den dich alarmiert hat das elf 10 so ok wir können ja mal kurz gucken was was ist ja also letztlich rausgeschmissen an die zuschauer die jetzt noch bei mir dabei sind ich wünsche euch auf jeden fall nochmal frohe oster frohe oster ich weiß jetzt nicht wie ich jetzt da drauf gekommen bin keine ahnung frohes neues jahr vielleicht auch noch nein eigentlich wollte ich nur sagen danke fürs zuschauen und abonniert mich drückt auf die glocke macht dasselbe bei den deutschen ihr seht den partner link auf meinen kanal auf der rechten seite oder halt auch unten je nachdem ob ihr mobil seid oder auf dem pc oder sonst wo und genau das war ein richtig tolles match und ich würde sagen bis zum nächsten mal ciao 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 Outro